Wir freuen uns, dass du die Wahrheit angeschaut hast, dass du unsere Videos angeschaut hast. Wir freuen uns, dass mich an Gott dienen und mit Jundhub uns anzuspornen, Jesus' Notenfolie. So, ich habe euch eine Geschichte erzählt, wo einem anderen Menschen helfen kann, Menschen, die in Not sind, die zu helfen. Ich möchte euch eine sehr schöne Geschichte davon verteilen. Ich möchte euch die Wahrheit angeschaut, dass ich euch einmal in den Videos angeschaut habe, weil ihr euch anzuspornet, den Knöpkelklick und den Subscriber. Wir brauchen das so neidig, dass ihr euch anklickt, dass ihr euch anzuspornet, dass wir diese Arbeit nicht mehr kennen. Wir freuen uns, dass ihr uns da, dass ihr euch unterstellt, in unseren Subscriber und in unserem YouTube-Channel. Also, wenn ihr euch anzuspornet schreibt, oder ihr euch an audio zu schreibt, das würde uns auch sehr freuen, wenn ihr euch das macht. Es ist schön hier mit euch zu sagen. Ich wünsche euch, ich würde euch hier ver mehr zetten, und dass ihr euch nicht mehr tun könnt. Und dann, wenn ihr euch anzuspornet, wenn ihr euch anzuspornet, wenn ihr euch anzuspornet, wenn ihr euch anzuspornet, Das würde uns immer ein bisschen anders stellen. Also, hier bleibt ihr in der Kamera ein bisschen, und das ist vielleicht, was ihr hier wollen. Ich hoffe, dass ihr euch anzuspornet. Ich möchte euch sagen, ich möchte euch ein Video machen. Jedes Mal, ich möchte euch ein Video machen, dass ich zu Jesus bete, und dass ich euch am Freude, dass ich euch Weisheit geben möchte, die Rechte Geschichte zu vertellen, und dass ich euch so vertellen, dass es ein Sehen ist für Jund, und für alle die Menschen, wo es Jesus bräuchte, dass sie angespannt sind. Meine Früh ist hier in Kanada geboren, der hat noch niemals Paraguay sein. Und in einem, in zwei Jahren, als wir uns dann befrieden haben, dann sagte meine Früh, wie würde einer Reis machen, in Paraguay. Und ich wollte erwiesen, wo euch abgeworfen wird, und wenn unsere Männer nicht in Kalnien da sind, und wir haben ein bisschen Stoff, Rätchenlote, und vielleicht ein bisschen Blatt gehen, vielleicht ein bisschen Pulver, im Saun gehen, nicht gerade aus Kanada, aber meine Früh, wie gesagt, habe ich jetzt dafür, in Paraguay, in meiner Familie zu sein. Und als ich bei Deutschland komme, sage ich meinem Bruder zu mir, ich will die, ich will die, der freueste, eiche Poer Wiese, die ich in meinem Leben gesäuert habe. An sich hört, dass diese Menschen in der Stadt, woanders wie die und die sind in der Stadt. Ich will die Wiese. An der Stadt haben wir ein kleines Haus hier, hier in Barsch, und ich will die Wiese, wo die da wohne dort. Ich möchte die Wiese, Also, wir fahren durch die Stadt, wo die Wiese wirklich nicht im Schakern an, und dann fahren wir da, nach diese Leid. Als wir da kommen, dann ging mein Bruder Wilfried, in seine frühe Tegler, ging er an, ich soll euch sagen, ein bisschen das Haus beschrieben, wie das leid. Das war ein kleines Haus, das war nicht mehr als drei Meter bis fünf Meter. Das hat eine Stoff, das hat er durch die Bühne gehört, das leidt sehr einfach, aber das war ein Haus. Und mein Bruder ging dann, wie er an der, an der der noch ein Klappert an, und dann heet wie von Bern, da sagt einer, komm nenn, dann möcht mein Bruder da, da oop, und dann checkt meine frühe Eck in diesem Raum nenn. Wie können die Menschen nicht leiden, wie wir sagen, da wie ein älter paar Lied, ich weiß nicht, wie älter wäre, vielleicht tagendig, sie lag in einem Bad, oder sie zaten in einem Bad, und sie zaten in das andere Bad. Wie man sagt, da wie ein Klinger schaubt, da hat er allerhand Klinger-Sachen-Buch stehen. Als mein Bruder da oop mich, dann sagte das ein Lied da, der strölde, das ist das. Der sagte da nicht ruhig, der strölde. Und der sagte da uns, wie möchtet ihr euch ein Zeugnis geben, wie möchtet ihr euch mal vertellen, was bei uns passiert ist. Die können hier an den Klappern auch sein, an den Orms, und ich glaube auch an den Sied hier, das Fleisch wie alle Rüttchen eetet, all das Fleisch wie Wach eetetet hier, ein Bein wie halfauf. Diese paar Lied haben die Leprassie gehad. Eine Krankheit, die das Fleisch veräten hat. Das merkt, dass alle Wach eetet. In diesem Lied wurde geheult, der strölde, der strölde, der beden erbaut. So sieht es zu uns, viele Jahre drei, wie wir, wie wir die Schande gesagt haben, von unseren Menschen. Keiner will mit uns reden, keiner will mit uns zu dünnen haben. Wie wir ganz voll Leprosie, das ist die Bibel sagt, Leprosie. Wie heute diese Krankheit, was ans Fleisch wach eetetet. Wie wir da an einem Fluss, wie wir ganz voll Mode, wie stünke aus Eulett Fleisch. China will nusch mit uns zu dünnen haben. Eines der Orsabien Kanu, das klingelt, das klingelt Bout, käme du auf dem Fluss verlegen vor. Und wenn du in uns sagst, dann käme du in uns, und du wirst ein paar Männer nicht. Wenn du in uns sagst, die du in uns wunderbarst, die du in die Mode wach, die du in die Bräule, und die du in die Kanu nennen, dann brachte diese Menschen uns für die einzige Leprosie, in Paraguay, wie nahe dort Kilometer einen Tag und dich. Dort waren unsere Männer nicht in Paraguay organisiert. Dort ist die einzige Leprosie, Leprosie, in Paraguay. Dort brachte der uns, und durch die Jahre haben sie uns dann geheult. Das ist das eine Kuss. Die Wunde sind auch da, aber wir sind geheult. Und dort bin ich so ein Fan, dass er teilt. Aber das Beste, was sie für uns getan haben, wird nicht die Wunde von Bütter heulen, sondern die Wunde von Bärnen heulen. Diese Menschen, hier auf dieser Leprosie, die verteilt uns von einem Jesus, der wird auf diese Welt gekommen, wie wir Gott sehen, wo wir für unsere Sünde am Trieb auf Golgatha gestorben werden. Und die erklärte uns, wie Gott das getan hat, mit den Menschen, uns die Sünde verjieft. Und die sehte uns auch, dass Gott uns die Sünde verjieft und dass wir ihn annehmen sollen als persönlichen Heiland. Und dann, eines der ist, die meine Frau und ich nehmen Jesus als persönlichen Heiland an. Das ist das Beste, was die uns gesagt haben. Das ist eine Wunde, das ist eine Sache, ob wir uns von Bärnen an der Seil heulen. Das ist das Beste. Und jetzt haben wir Gott seine Kinder. Wie hat er diese Ehe zugegelegt? Das hat er von Sähe wei gelegt. Aber all diese Wunde, die wir haben, das ist noch nichts. Nun wollen wir meistens im Himmel sein. Und da wollen wir auf goldenen Straßen gehen. Da wollen wir nicht mehr Liederbüge, da wollen wir nicht mehr Weidebüge haben. Und da wollen wir nicht mehr Weidebüge haben. Und da wollen wir nicht mehr Weidebüge haben. Und da wollen wir nicht mehr Weidebüge haben. Das hat er diese Menschen auf dem Kanoe durchdäunen gebrockt. Aber Gott hat dich bestimmt beraubt, beraubt er dort, diese arme Menschen zu helfen. Und nun sind das unsere Bräder und Sästere geworden. Es ist doch nicht, was schmeckt. Wenn du und ich, was geht es däunen können, wollen wir doch die extra Kilometer gehen. Wenn uns einer fragt, nur ein Kilometer gehen, sagt die Bibel, dann geht doch mit dem zwei Kilometer. Wenn einer ein Koffel weiter will, dann geht ihm doch zwei Kilometer weiter. Du bräuchst die in deine Kilometer nicht wiederum, die bei den armen Menschen sitzt. Weil wir diese armen Menschen doch helfen. Nicht bloß das Bütterste helfen, aber auch ihre Seil helfen von der Bände, dass diese Menschen auch wollen, von Jesus hier. Hör ich mal, viele von uns bräuchten nicht mal aus der Kilometer weg. Du kannst das in deine Kilometer gehen. Wenn sie sind, viele in unsere Kilometer, hier wird Jesus nicht gerne däunen. Wenn du dahin gehst, in der du das Evangelium mitteilst, der würde dich vielleicht mit dem Slingshot, der würde vielleicht sagen, ich füte dich mit dir, du bist hier immer geschnackt. Hör ich mal, das sag ich nicht. Die Menschen weite nicht, Peter. Die weite dort nicht, dass sie in Sinde leben. Die weite nicht, dass ihre Sitten und Gebräuche nicht im Himmel entkommen. Dort bläuchst die, wo die wahre Geburt sind, die wo die Geräte sind, wo Jesus haft die Sinde verhebt. Bläuchst die woorden im Himmel nennen. Wenn wir die doch nicht rechten, weil die daal sind über uns, wie wir den von Jesus vertellen. Weil es nun deine Älter sind, weil es deine Geschwister sind, wo die nicht bekeerd sind. Weil die die woorden schlecht behandeln, die die nicht schlecht behandeln, sie go to die. Wens, die weite gut, dass die auf dem Anrechten sind. Die verstehen das nicht. Wenn wir doch bede, dass Gott die woord verstohlen lassen, dass die auch woorden frei waren, kriegt es diese Lied, mit ihrer Leprasie. Die wieren du am Barsch, die kennen die Jesus nicht. Nu sind das an die Brüder an Zestriege geworden. Weil wir doch die Stadt wiederarbeiten. Weil wir doch die Stadt an die Menschen mitteilen. Wenn du in die Stadt woorden doen, dann woorden vielleicht auch viele von die, wo du glauben, dass wir ewig schnack sind. Dann woorden die auch seine, dass wir gar nicht wollen, mit was andere in die Irrlehre bringen. Wir wollen ihnen bloß vertellen, dass Jesus erst am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben. Heißt, für unsere Sünde gestorben. Das ist alle betont. Die Kost, die ich im Himmel nennen arbeite, ist alle betont. Es ist alle frei. Du brauchst bloß ja sein zu Jesus. Das ist alles. Du brauchst bloß, ob die nicht Neues gehen und sein. Jesus, oder Stuhn, oder was auch immer. sagt Jesus, ich will Vergebung der Sünden haben. Vergebe mir all die Sünde, was ich getan habe. Gebe mir Freiheit. Gebe mir die Heiligen jetzt in meine Säule, sodass ich frei bin von der Sklaverei der Sünde. Jesus sagt, all die, die mir kommen, wo ich nicht wegschmitte. Die wo ich nicht wegschmitte. Die wo ich nicht wegschmitte. Die wo ich nicht da te merke. Die wo ich da aufmerke. Und die wo ich anlote, mir zu kommen. So, weil wir das auch tunen, Bruder und Zesteren. Weil wir das auch, was die, was da uns für ein Schlag behandelt tunen, weil wir trotzdem nicht abgeben. Weil wir trotzdem wieder die Ansparung an die Notenfolie. Entschuldigung, nicht an die Notenfolie, sondern Jesus' Notenfolie. In ihm te tunen, mit dem Goh, was er uns gegevt hat. Ich hoffe, dass das neue Poelied, dass dort die angesparung wird, nicht abzugeben, das Evangelium, die nur noch mehr zu tunen. Ich hoffe, dass dort eine Ansparung für die Sünde nicht abzugeben. Wenn die Sotun war, die kommt, nun kannst du sagen, im Namen Jesu, Sotun war ich von mir, du hast nichts mehr mit mir zu tunen, als ich Gott sein Kind. Wir sind Brüder und Zesteren. Dankeschön, dass du heute hast. Mocht Gott die Sehne in dem Sehnen saate. Dankeschön, in Gott mit Jund.